Dann fahren wir da mal einen kleinen Achter, oder? Ja. Ja, gemütlich. Jetzt kommt noch der Hut, wie der Schattenhahn. Ja, ja. Ein richtig springer, oder? Ja, Valentino. Ein Aschenbecher, der Herr, oder? Ein Bierhalter. Ja, ja. Gut. Inzwischen muss man auf einer Skikufe, dann kann ich mich aufhauen. Ja.